Musik Das Weingut Knipser ist seit 1850 ein Familienbetrieb und liegt in der nördlichen Pfalz zwischen Grünstadt und Bad Dürkheim. Die Knipsers bauen den Sauvignon Blanc seit 1993 zunächst im Versuchsanbau als eines der ersten Weingüter der Pfalz an. Die Böden, auf denen die Reben stehen, sind einerseits von Kalkgesteinen und andererseits von alovialen Sanden und Schottern aus Ablagerungen des Rheins geprägt. Im Glas haben wir ein schönes Grüngelb. Man hat eine wunderbar typische Sauvignon Blanc Nase mit Aromen von Stachelbeere, Cassis, leicht grünen Noten und mineralischen Akzenten. Am Gaumen ist er geradlinig mit schöner Frucht. Er ist leicht mineralisch, saftig. Er ist ein Leichtgewicht mit schönem Nachhall. Zu einem knackigen Salat oder zu einer Forelle Blau passt der Wein ganz hervorragend. Dieser wunderbar typische Sauvignon Blanc aus der Pfalz ist einfach gelungen und macht durch seine leichte Art unglaublich viel Spaß. Wir bewerten ihn mit 87 von 100 Punkten und einem Lagerpotenzial bis 2011. Aus dem Sauvignon Blanc Glas der Pure Serie genießt mir den Wein am liebsten. Aus dem Sauvignon Blanc Untertitelung des ZDF, 2020